Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu meinem 19. Türchen im Adventskalender. Ja, bald ist es vorbei, mit Päckchen auspacken und ja, wie gewohnt machen wir die Shogi-Kalender zuerst auf. Der 19. ist hier oben. Und da ist einmal so ein Reh drin. Und einmal diese junge Dame. Ja, ich liebe Angegert. Und hier sind auch schon die Päckchen, wie ihr seht. Und ja, bei der lieben Nadine ist da irgendwas abgefallen, ich weiß es nicht. Mit dem fangen wir auch an. Oh, ich nehme mal kurz meine Schere. Die kleine Schere hat mir meine Nichte gemopst vorhin. Und da haben wir Raindrops drin. Cool. Und zwar in rosa, hellblau und grün. Dankeschön, Nadine. Dann machen wir den Tee. Da haben wir Harmonie-Tee, Kräutermischung. Hört sich auch interessant an. Dann das Päckchen von der lieben Jenny. Und da haben wir einmal diese Schlüsselchen. Mit den Schlüsselchen kann ich jetzt handeln. Da habe ich so ein ganzes Schubfach voll. Aber Dankeschön. Das sieht jetzt in der Kamera aus, als wäre es hellgrün. Aber das ist gelb mit weißen Punkten. Cool, Dankeschön. Oh, dann kommen wir zu dem von der lieben Steffi. Das machen wir hier auch. Und da haben wir auch Worschi. Und Schokolade. Da haben wir zwei Schoki-Kugeln. Und zwei Worschis. Das ist auch mal total cool. Dankeschön. Ich sollte mal mehr mit meinen Worschi-Tips machen. Ich habe so viel. Und ja. Oh, das ist kaum. Ja, das ist so. Geht schwer ab. Moment. Na. Das gibt es doch jetzt nicht. Na. Egal. Also so sieht es dann aus. Auch total cool. Dankeschön, liebe Steffi. Beziehungsweise danke euch drei für die tollen Sachen im Adventskalender. Dann sehen wir uns morgen zum vierten Advent. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.